Erkältungsbad nicht immer sinnvoll Das Erkältungsbad gilt als Geheimtipp gegen Schnupfen, Husten und Halsschmerzen. Umspült das warme Wasser den Körper, fühlt man sich gleichwohler und entspannter. Doch die Hitze kann für das Immunsystem auch zur Belastung werden. Worauf man beim Erkältungsbad achten sollte und wann man besser darauf verzichtet. Das Erkältungsbad ist vor allem dann wohltuend für den Körper, wenn es vorbeugend angewendet wird oder sich erste Erkältungsbeschwerden wie Halskratzen, Niesreiz, verspannte Muskeln oder Kopfschmerzen zeigen. Die Wärme regt die Durchblutung an, die Muskeln entspannen sich. Das warme Bad unterstützt die Abwehrkräfte und nimmt das innere Frösteln. Allerdings warnen Experten, wer unter Bluthausdruck, Asthma oder Herz-Kreislauf-Beschwerden leidet oder Probleme mit den Venen hat, sollte zuerst seinen Hausarzt fragen, ob das heiße Bad für ihn geeignet ist. Auch wer bereits unter starkem Schnupfen, Husten oder Fieber leidet, sollte besser nicht in die Wanne steigen. Denn das Baden ist für das Immunsystem zusätzlich Stress. Zudem schlägt ein so heißes Bad schnell auf dem Kreislauf, es weitet die Blutgefäße und lässt den Blutdruck sinken. Da der Kreislauf bei einer Erkältung meist aus der Balance gerät und man sich sowieso schlapp und schwach fühlt, kann es im schlimmsten Fall passieren, dass der Kreislauf beim Verlassen der Wanne wegsackt und man stürzt oder das Bewusstsein verliert. Daher gilt, auch wenn als Richtwert für das Badewasser meist 38 Grad empfohlen werden, sollte man immer nur so warm baden, wie man es als angenehm empfindet. Und, langsam aus der Wanne steigen und dabei gut festhalten. Generell ist es empfehlenswert, die Wanne nicht komplett zu füllen, sondern Schultern und Knie noch etwas aus dem Wasser ragen zu lassen, sodass sie etwas abkühlen können. Diese sogenannte Dreiviertelwanne ist Experten zufolge wesentlich kreislaufschonender als ein Vollbad. Wer weiß, dass er mit dem Kreislauf Probleme hat, sollte nicht länger als 10 Minuten in der Wanne verweilen. Mit einem stabileren Kreislauf sind 20 Minuten das Maximum für das angeschlagene Immunsystem. Wichtig ist, wer schon früher merkt, dass ihm die Hitze nicht gut tut, sollte das Bad abbrechen und sich ins warme Bett legen. Besonders wirkungsvoll wird das Erkältungsbad, wenn ätherische Öl zum Einsatz kommen. Thymian, Pfefferminze, Eukalyptus, Salber und Latschenkiefer beispielsweise wirken vulturend auf die Atemwege. Der Wasserdampf befeuchtet die trockenen und gereizten Schleimhäute, die so leichter abschwellen können. Die eingeatmeten Öl wirken desinfizierend. Wer eine empfindliche Haut hat oder zu Allergien neigt, sollte die Öle allerdings zuerst auf einer kleinen Hautstelle testen. Es gibt bereits fertige Erkältungsbäder zu kaufen. Doch man kann das Bad auch selbst ansetzen. Hierfür gibt man die gewünschten getrückneten Kräuter in eine Schüssel und übergießt sie mit einem Lieder kochendem Wasser. Nach 15 bis 20 Minuten siebt man den Saat ab und gibt ihn ins Badewasser. Wer mag, kann noch einen Esslöffel Olivenöl hinzugeben, damit die Haut nicht zu sehr austrocknet. Nach dem Erkältungsbad legt man sich am besten ins warme B, trinkt eine Tasse Tee und gönnt seinem Körper viel Schlaf. So erholt er sich am besten. Wichtiger Hinweis, die Informationen ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte. Die Inhalte von t-online.de können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team E. E. J. R.